Okay, also es gibt irgendwie auf Kadera noch mehr zu tun. Ich habe gerade noch mal reingeguckt. Äh, stimmt, ich will in die Slums gehen. Äh, wer das denn? Ah, okay, hier kann ich noch mal was ändern. Ich nehme jetzt meine neue Panzerung jetzt mal. Silicon. Also er gibt mir halt nicht mehr den Waffenschaden. Ich bin mir so weird aus. War so voll der Futuristische jetzt geworden. Was ist denn der hier? Fusionsmord, Abschirmung, Schildleistung, Tech-Konstruktion, äh, Aufladegeschwindigkeit, Schadenswiderstand, Waffen-Schaden, Kräfte-Schaden, Nacken-Schaden. Wunsch und Unterwärts, äh, sie ist kein... Äh, um die Rippen zu verschaffen, wir nutzen einen enormen Vorteil. Der reicht aufgrund der Gefährlichkeit dieser ungesetzten Energie, dieser offenen Rider, dieser Massaussus. Ah, okay, Riders sind bärlich, ne. Na komm, Schadenkräfte, Schadenwaffen, Schaden, Schadenswiderstand. Hm, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ne. Ah. Da hast du schon meine Spielstütze jetzt ab. Weil der Sound auf einmal so weird weg war. Ah ja, okay. Ich würde auch ehrlich sagen, ich finde, der sieht irgendwie ein bisschen weird aus. Hm. Hm. Äh, aber ich mache jetzt aber kurz einen Cut, weil dann reise ich jetzt einmal durch die Gegend und gucke mal, wo dann diese Punkte sind, wo die Cats sein sollen. Ähm. Ich glaube, hier waren irgendwo Minen, ne. Oh, okay. Der Pferd ist übrigens schneller, weil ich habe noch ein paar Mods reingebaut. Und ich habe auch seine Basisgeschwindigkeit irgendwie erhöht. Jetzt ist der Nomad einfach krasser. Ich glaube, der hat auch mehr Schilde. Mit mehr Boost. Nicht mal bei Mako gebraucht. Oder so ein paar Mods bei Mako mit reinmachen. Was ist das denn? Gara. Das war immer so ein Kodiak-Ding, glaube ich mal. Händler. Wer ist da? Hamash, ist das du? Nicht reden. Wir werden dich zurück in die Stadt. Nein, ich kann nicht mehr. Es ist zu früh. Ich will nur... Was ist der Rest? Er wird nicht mehr machen. Kannst du mir erzählen, was passiert? Es war die Kette. Wir haben uns über eine Überraschung. Wir haben alle. John hat das lange gedauert. Ich wusste nicht, dass ich noch nicht lebend bin. Ich habe sie in den Päckern gesehen. Und dann... sie in die Hälfte gehen. Hier geht es. Danke. Ich... Ich wünsche... Kaidasitz Ryder. Ihr Kett Rumors habe Wait. Just found a caravan they attacked. Dammit. Really thought we got them all. One of the wounded said they headed for the hills. I'm gonna check it out. I'll search too. Grabbing a shuttle now. You ever need a shoulder to lean on, I can, you know, ask around. Got a box of spares somewhere? You know it. What muss ich da machen? Was muss ich da machen? Nach Spuren oder Kett? Ah. Ah. Kett Tracks. They're leading up into those hills. Ich hab dem einfach stumme Füße. Holy shit. I don't know. I don't know. Maybe something's inside. Looks like those Exiles stole tech from the port. We should be careful. What do I do? Loading ammo! Loading ammo! Das war's. 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 Und dann guck ich noch, dass ich noch mit diesem Typen quatsche bezüglich den Morden. Weil ich habe gesehen, das habe ich auch noch Offen, das ist anscheinend wichtig Für Kadara, dass ich das mache Und dann mache ich das halt noch Ich habe zwar gesagt, in der Folge jetzt, dann Gehen wir jetzt von Kadara weg Aber ich will jetzt die Sachen auf Kadara noch fertig machen Wenn ich später nicht mehr so viel zu tun habe Sollte ich nochmal herkommen müssen Ugh Ah, da drüben steht ein Shuttle. Sooo, dann gehen wir wieder zurück. Nein, würde ich nach da hinten gehen. Und ich suche jetzt einfach mal diesen Wraith. Das mache ich aber schon aufrufen. Es war nicht uns, die Puschen. Das war die Liederschaft. Und die resten, die du für das, wie es immer geht, Junge. Und dann, die Bottle. Ryder, ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin sicher, dass du über die Verzüge gehört hast. Es gibt ein frisches Körper außerhalb Kralos. Einige der Lokal sagen, dass es die Charlatans handiwork ist. Ich habe es nicht. Die Charlatan ist discreit. Wunderschöne, wer das gemacht hat, wollte die Böden gefunden. Ich mache ein Statement. Aber zu wer? Die Kilder könnte nicht sein, wie Sloan ist. Nichts als eine dritte von den Verzüge sind. Nein. Wenn ich ein Beddinger Mann war, und ich bin, würde ich sagen, dass es die Rokar war. Warum wäre Rokar in Kedara-Port? Es ist Angaran-Bild. Und bevor Sloan, Angaran ran. Ich denke, die Rokar kam hier, zu schauen, neue Rekruten. Und die Dinge aus der Hand. Und die Angara-Viktümer? Wie sind sie in deine Theorie? Ich habe ein paar Dichtung. Alle die Angaran-Bilder waren öffentliche Milke-Way-Sympathizers. Also die Viktümer waren aus der Milke-Way, oder uns unterstützt. Sie könnten es recht haben. Und ein Angaran-Port runn by Aliens würde ein prime Target für ihre Grunde sein. Problem ist, ich habe keine Beweise. Und die Rekruten will nicht, dass die Rokar antagoniert werden. Ich glaube, das ist, wo ich komme. Ich brauche, diese feinste A.I. zu schauen, die Beweise der Rokar-Bilder könnte. Die Leute sind Angst, Riker. Das ist deine Gelegenheit, zu gewinnen in Kadara-Port. Oh, okay. Okay, Roman, okay. Looks like I'm adding detective to my growing list of titles. Detectives find things. And you're... A Pathfinder. Yeah, I got it. One of the crime scenes isn't far. Give me a call when you get there. Okay, cool. Dann, geh mit zum Tatort. Hä, das ist doch hier, wo diese komischen Hotel-Dutes waren, oder? Da hab ich doch die einen schon getötet. Rite call mit 95% skin. Die Beweise der Rite call mit den Was ist deine Rokar-Theorie, Reyes? DNA kann nicht politische Auffiliationen identifizieren Schau an, wir brauchen hartes Evidenz Ja, ich habe doch gerade wieder irgendwas entdeckt Wenn ich voll drüber gucke, oder? Ja, aufgrund der jüngsten Berichte über die giftige Wasserversorgung In Baden haben wir unsere Pläne für eine große Besiedlung unverworfen Das Gebiet wird stattdessen abgerichtet und in eine Strafkollegin umgewandelt Sollte sich dennoch entscheiden, dort zu bleiben Vielleicht den EGW-Wohnen ist der da betrachtet Eine Rückkehr nach Ketoraport ist in diesem Fall ausgeschlossen Ok Es sind noch mehr Minen verschwunden, verdammte Diebe Ich lege sie gar nicht mehr aus Es war sowieso nur eine blöde Vorsichtsmaßnahme Wenn jemand den Mumm hat, sich direkt mit mir anzulegen Freue ich mich auf die Herausforderung eines Logs Aber was ist denn hier noch? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Hier ist der... Mh... Haben wir übersehen? Oder wir haben übersehen, wie es das abgerichtet wird? Wir müssen hier einfach nur ein Statement setzen Ein Messer blockt Spuren vorgehendem Material wurde ausgeschossen und ergriffene Messer gefunden Die Klinge sind zu einer akuten Schweizermarkt auf ihren Schraubitz gekommen Schlechtesten verbrechen sie halt ab Die Klinge sind zu einer akuten Schlecht 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 Sie sind zu einer akuten Schlecht Die Klinge sind zu einer akuten Schlecht Ja, wo sind denn die Koordinaten? Ah, da hinten. Ah ja, dann gehen wir da doch mal hin. Ja, wo sind die Koordinaten? Enemies! Das ist es. Raya ist eigentlich gonna show up. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob der auftaucht. Ich glaube aber eher mehr, der wartet einfach. Der wartet so draußen, bis ich fertig bin. Ich mache so die Drecksarbeit und er so, ha, gut gemacht. Jetzt sind wir hier fertig. Tschüss. Ja. Ich hätte Gel mitnehmen sollen. Der wartet so wunderschön. Ich muss euch nicht sagen, was passiert. Du versuchst mich und meine Freunde. Ich habe ein paar Fragen zuerst. Nein. Du schlägst, wie die anderen. Du schlägst. Du schlägst. Du schlägst. Du schlägst. Du schlägst. Du schlägst. Ich habe einen guten Grund. Ich habe einen guten Grund. Du siehst. 3. Du schlägst. 2. Ich habe einen guten Grund이� Miles. Das war unnötig. Warum erschöpflisch? Ich habe einen guten Grund! Obwohl er hier einen guten Grund ausstunden hat. Ah, ja. Hätt ich auch machen können, ne? Ah, okay. Ich gucke mich jetzt erstmal noch kurz in. Miridium. Sieht so aus, als könnte es ein bisschen mehr geben. Hätte es potenziell mehr sein können. So ein Behälter. Und ein Datenpad. Heute habe ich gesehen, wie einer von uns mit dieser willigen blauen Barkeeperin im Hafen gefloot hat. Ich musste mich beherrschen, ihr nicht auszuschlüpfen, bis er aus dem Laden gestolpert ist. Weil wir genug Rekruten haben, muss der gesamte Planet von dem Alienabschau und Einzelnen Partisanten gesalbert werden. Das andere ein Happy Ends. Don't you laugh at the Ends. Meow. 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 Drei Titanen. Wow. Titanen. Wir haben das gut gemacht, Spaß gemacht, ich hoffe, jetzt ändert etwas. Bezahlen Sie Ihre Drinks selbst. Gerne. Nimm die Zeit und Platz. Ich werde da sein. Das ist der Geist. Sei nicht ein Stranger, Pathfinder. Ah, da drüben ist er da. Nomad. Ah, jetzt habe ich hier keine Aufgaben mehr, glaube ich mal, oder? Julius Aufgaben. Ah ja, ihr Skadera. Besiedelung, ja. Ach, den Barry täuscht, den kann ich auch wenn anders noch mal machen. Will ich noch mal gucken, wo das ist und was ist der... Was ist das überhaupt? Ach, da drüben. Ach, können die auch noch hinfahren, das machen wir in der nächsten Folge. Das war's. Ich bin nämlich, wie wir ja in der Mitte, es war. Ja, ich bin nicht mehr so. Das war's. Das war's.